Meine lieben Zuschauer, ihr bezeichnet mich ja immer als Boomer. Ich habe nachgeguckt, die Boomer sind geboren zwischen 1940 und 1960. Das ist ganz schön fies. Macht nichts. Wenn ihr mich Boomer nennt, habt ihr es verdient, dass ich die übelsten Dead-Jokes aller Zeiten bringe. Und deswegen habe ich mich für die Überschrift entschieden, brennt jetzt die Hütte ab. Den billigen Witz musste ich einfach bringen. Keine andere Chance. Und meine Frau, die ich über alles liebe und wir eine wunderbare Zeit zusammen haben, nur nie geheiratet haben, in all den Jahrzehnten würde sagen, Hauptsache, du kannst über deine eigenen Witze lachen. Kann ich. Und ihr lacht bitte auch über meine Witze. Und zwar mit einem Däumchen, was ein absolutes Träumchen wäre. Und wie war das nochmal? Ein Abonnement wäre ein Sahnebonbon. Und Leute, wirklich, Abonnement wäre ein Sahnebonbon. Ihr habt noch andere Reime da gelassen. Die werde ich auch noch die nächsten Tage bringen. Was jetzt das Abbrennen der Hütte angeht, muss man sagen, manchmal geht mir echt der Ölpreis auf den Nerv. Denn ich wollte heute für euch das Video machen und sagen, der Ölpreis, der könnte ausbrechen. Hört, hört. Denn das gemanagte Geld ist bei Öl so short wie seit, lass mal zurückgehen, 2020. Also seit vier Jahren nicht mehr. Das heißt, dass die Short-Position der Institutionellen auf Öl deutlich zugenommen hatte. Dann haben wir gesehen, dass zuletzt die Senkung der Produktion durch Saudi-Arabien mehr als ausgeglichen werden konnte. Nämlich in gelb dargestellt durch die Produktion der USA. Also von einer Verknappung können wir im Moment nicht sprechen. Auch wenn man sagen muss, dass die Qualität des Öls, was Saudi-Arabien produziert, deutlich höher ist im Vergleich zum US-amerikanischen. Trotzdem, eine Verknappung haben wir aktuell nicht. Und darum war der Markt auch davon ausgegangen, dass die OPEC die Drosselung weiter beibehält. Macht sie auch. Wenn man aber genauer hinguckt, dann sagen sie, die Drosselung bleibt. Auch bis in das Jahr 2025. Aber ab Oktober werden wir schon anfangen, mehr zu produzieren. Und das ist ein Signal. Nämlich, wir werden jetzt schon anfangen, mehr zu machen. Zuletzt hatten wir auch miteinander darüber gesprochen gehabt, dass die OPEC-Länder tatsächlich noch Reserve haben und jetzt auch mehr produzieren könnten. Vor einigen Monaten war es noch so. Ich weiß nicht, wie lange hier unsere Ausgaben verfolgt. Da haben wir miteinander darüber gesprochen. Die OPEC-Länder, die sagen zwar, wir produzieren weniger, Klammer auf Saudi-Arabien, ausgeschlossen, Klammer zu. Die können aber gar nicht mehr produzieren. Jetzt hat man gesehen, dass da eigentlich Reserve ist. Mit der Entscheidung macht der Markt einfach mal locker, flockig, zacker, bäm. Und zwar der Ölpreis sorgt dafür, dass die Hütte abbrennt. Und folgendermaßen über den 4-Stunden-Schalt. Ich hatte euch gesagt, Leute, wenn der Ölpreis in Richtung 80 Dollar kommt, meiner Meinung nach eine echt starke Unterstützung, finde ich super, würde ich gerne kaufen, nachdem ich ja bei Öl einen richtig schönen Trade auf der Long-Seite gemacht hatte und hier mal Stop-Loss nachgezogen habe und die Gewinne realisieren konnte. Das war etwas längerfristig, über das Investment-Depot muss man sagen. Und ich hatte euch gesagt, 80 Dollar wäre eine interessante Zone. Aber das Ganze passierte, als ich gesehen habe, die Shorts nehmen zu. Dann haben wir gesehen, dass der Ölpreis hier von dieser Unterstützung nicht wegkommt. Und dazu hatten wir dann auch noch die Konstellation, dass die OPIC gesagt hat, ab Oktober wollen wir schon etwas mehr produzieren. Und deswegen passierte Folgendes. Das, was hier Unterstützung ist, hier hält, hier hält, hier hält, wird bärisch aufgegeben und mit dieser großen Unterstützung kommt dann diese starke bärische Bewegung zustande. Warum? Weil hier die Unterstützung gekauft wurde, hier gekauft wurde und hier dann auch die Stops, die darunter lagen, bärisch aufgelöst wurden. Im Übrigen, da werde ich nicht müde, diese Unterstützung, die ihr hier seht, oder diese Unterstützung über die Woche, über die wir gleich miteinander sprechen wollen, nämlich im Bereich der Horizontalen 70, die kommt nämlich noch aus dem Jahr 2021, die sind alle automatisiert durch unsere Enfin-Chart-Software erkannt und für den Fall, dass ihr sagt, ich finde es geil, ich werde euch jetzt auch noch andere Charts zeigen, nämlich von Chevron und auch von XOM, dann seht ihr, dass die Charts automatisiert analysiert sind und wenn ihr sagt, ich wollte eigentlich schon immer mich mit der technischen Analyse beschäftigen, aber ich weiß nicht, wie es geht. Zehnteilige Webinar-Reihe mit mir beginnt am Mittwoch und falls ihr das Video etwas später geschaut habt, macht nichts, wir haben zwei Wochen jedes Webinar live, was wir durchgeführt haben, aufgezeichnet, Masterclass, um die technische Analyse zu lernen, hinterher in Ruhe das aufzuarbeiten, dazu die Chart-Software für ein Jahr, zu 50% Preisnachlass, wenn ihr Lust habt, schaut euch das an, ich finde es geil, ich persönlich finde es geil, ich persönlich nutze auch die Chart-Software jeden Tag und ich finde auch, dass ich ein geiler Lehrer bin, wenn es darum geht, die Chart-Analyse zu erklären. Wenn wir jetzt wieder zu Öl zurückkommen, im Moment brennt tatsächlich die Hütte ab, die erste Unterstützung ist im Bereich der 74, ich persönlich würde diese erste Unterstützung nicht handeln, sondern ich persönlich würde auf diese starke Unterstützung auf 70 Dollar warten, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unterstützung hält, deutlich größer ist. Bei der 74 würde ich erstmal in einer kleineren Zeiteinheit eine Bestätigung sehen wollen. Mit dieser bärischen Bewegung, die der Ölpreis gemacht hat, ist auch etwas anderes passiert, nämlich, wenn man sich XLE anschaut, ETF des Ölsektors, und zwar der ölproduzierenden Unternehmen, dann sieht man Folgendes, wir hatten, ich gehe nochmal ein weiter in die Woche, wir hatten hier diese horizontale Widerstandszone, die wird bullisch aufgelöst, aber diese horizontale Widerstandszone, die war im Bereich von 95 US, sondern, das heißt, der Ausbruch kam in die psychologische 100 hinein und in eine wirklich sehr, sehr starke Widerstandszone, nämlich aus dem Hoch, sieht man auch in der Woche, von 2014. Und deswegen war das für mich so, dass ich diesen Ausbruch auch auf gar keinen Fall handeln wollte. Jetzt muss man sich die Frage stellen, ist das womöglich ein Fehlausbruch, ein Fake, und wir haben das Potenzial für einen größeren Pullback. Wir kommen in den Tagesschart. Ich wollte, bevor ich mit der Ausgabe anfange, also es ist jetzt kurz vor 16 Uhr, der Handel hat gerade angefangen, da wollte ich euch sagen, ja, wir sind an der Unterkante der Bullenflagge, aber Obacht, noch ist der Markt schwach, der kann auf die 200-Tage-Linie fallen. 200-Tage-Linie, offene Lücke, kurzfristig mit Sicherheit eine Unterstützung, Wenn man aber eine größere sich suchen möchte, dann guckt man das zwischenzeitliche Hoch aus dem Januar, dann ist das die Unterstützung bei 86. Gut. Das heißt, wir sehen im Moment im gesamten Ölsektor noch Schwäche. Ich möchte nicht ins fallende Messer greifen. Ich greife manchmal ins fallende Messer, weil das fallende Messer auf eine fette Unterstützung fällt. Das sehe ich gerade nicht. Deswegen nein, danke. Und ähnlich ist es auch, wenn ich mir zum Beispiel Chevron angucke. Und bei Chevron sehen wir nämlich folgendes. Top, Top, Nackenlinie, durchgefallen, kämpft mit der 200-Tage-Linie. Aus meiner Sicht ist das im Moment, ist Chevron noch zu viel unter Druck, interessiert mich weniger. Trotzdem muss ich euch folgendes sagen. Es ist so, dass das Unternehmen im Vergleich zu sich selbst, zum KGV der letzten zwei Jahre, etwas mehr als einfache Standardabweichung unter dem Durchschnitt liegt. Also im Moment ist das Unternehmen eher günstiger im Vergleich zu sich selbst. Die Frage ist nur, wie stark fällt der Ölpreis und werden die erwarteten Gewinne angepasst. Das andere, was man sagen muss, ist, der Umsatz war um 4% niedriger, der Gewinn war um 17% niedriger. Während der Umsatz auch noch 5% unter den Erwartungen lag, lag der Gewinn aber über den Erwartungen. Diese rückläufigen Gewinne hat man aber in der gesamten Branche gesehen. Der Hintergrund war, dass der Vergleich zum Vorjahr besonders schwer gewesen ist, weil damals sowohl die Preise hoch waren, als auch die Produktion besonders stark waren. Und das war ein Ausnahmequartal. Deswegen waren die Zahlen an sich in Ordnung. Und Chevron hat ja ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt gehabt von 70, 75 Milliarden US-Dollar bei einer Marktkapitalisierung von etwa 230 Milliarden Dollar. Was man aber auch sagen muss, ist, die haben bis jetzt innerhalb eines Jahres ungefähr 15 Milliarden gekauft. Also die werden jetzt nicht über 20% ihrer Marktkapitalisierung innerhalb eines Jahres kaufen, aber es gibt ein größeren Aktienrückkaufprogramm. Und damit, von dieser gesamten Aufwärtswelle, ist eine Unterstützung im Bereich der 149. Diese Zahl merken wir uns. Diese 61er FIBO-Marke ist automatisiert erkannt. Gut, merke ich mir. Wenn ich in die kleinere Zeiteinheit gehe, dann sehen wir auch, dass im Bereich von 147 eine starke Unterstützungszone ist. Konservativ also ist es für mich die 147. Wenn man es jetzt spekulativ mag, wenn man jetzt sagt, ja, der Ölpreis, der könnte ja auch schon die obere Zone halten, sieht man hier sehr gut mit der offenen Lücke, horizontale Marke, ist schon bei 152 eine Unterstützung. Ich bin da nicht dabei. Warum eigentlich nicht, Hamid? Top, Nackenlinie, noch ein Top. Bedeutet, wenn ich das jetzt hier so nehme, so, und dann das kopiere, dann sehen wir folgendes, dann ist die logische Zielzone auch im Bereich der 147. Erst, wenn es den Bullen gelänge, über diese horizontale Marke von 156 wieder drüber zu gehen, dann können wir erstmal nochmal uns unterhalten. Jetzt im Moment brennt noch die Hütte ab. Und damit zu Exxon. Und bei Exxon, über den Tageschart, nächste Unterstützung ist die 108. 200-Tage-Linie, offene Lücke. Ich weiß, ihr freut euch immer, wenn ich sage, deswegen sage ich es euch automatisiert, die offene Lücke erkannt. Wenn ich mir eine Zone aussuchen soll, das sieht man ja. Dafür liebe ich ja einen Fin. So, und ihr müsst das nicht mehr selber analysieren, sondern ihr guckt einfach drauf und sagt, joa, das ist die nächste fette Unterstützung. Das erkenne sogar ich. Und das Schöne ist ja, wenn es angezeichnet ist, erkennt es jeder. Hier ist es Unterstützung, da fällt er durch, ist Widerstand, ist Widerstand. 105. Dazu von dieser gesamten Aufwärtswelle ist das 61er für 106. Herrlich. Und da kommt noch was Drittes dazu. Wenn ich ranzoome, eine offene Lücke. Könnt ihr das erkennen? Also wenn ich Wunsch spielen darf, dann ist es die 105 bis 106, die mich interessiert. Das wäre eine extrem starke Unterstützung. Und alles, was ich gemacht habe, ist abzulesen. Weil es nämlich dort steht. Und deswegen finde ich persönlich, Enfin Pro, das, was ihr aktuell auch als Angebot nutzen könnt und mit mir gemeinsam die Chartanalyse Masterclass nutzen könnt, um diese Tools noch besser zu erkennen, um mit einer noch höheren Wahrscheinlichkeit eure Trades durchzuführen. Wann habe ich denn höhere Wahrscheinlichkeit? Wann habe ich niedrigere Wahrscheinlichkeit? Unterstützung zu kaufen, Ausbrüche zu handeln und so weiter kommt darin vor. Würde ich mich freuen. Was zu Exxon passt, auch bei Exxon war der Umsatz um 4% rückläufig. Der Gewinn war sogar um 27% rückläufig. Auch aufgrund des Vergleichs zum Vorjahr zu beachten ist, dass Chevron eine Übernahme gemacht hat von 60 Milliarden von Pioneer Natural Resources, anstatt Aktienrückkaufprogramm von 75 Milliarden zu machen. Das sollte dann in diesem Quartal abgeschlossen sein. Plus, das bin ich euch schuldig, jetzt aktuell ist die Aktie im Vergleich zu sich selbst, wenn man die DurchschnittskGV der letzten zwei Jahre nimmt, auch mehr als 1,3-fache Standardabweichung unter dem Durchschnitt. Also günstiger ist es. Alles, was ich euch immer wieder sage, ist, um nochmal zum Beispiel das bei Chevron euch zu zeigen, ich sage euch ja immer wieder, Börse ist wie eine Verabredung. So, ich sage, hey, wenn du hier unten hinkommst an die 147, 149, da kaufe ich dich. Die Börse kann entscheiden, ob sie da hinkommen möchte oder nicht. Und weil sie, wenn dieser Kurs nicht erreicht wird, andere Charts haben vielleicht auch schöne Unterstützung. In diesem Sinne, noch brennt die Hütte ab und deswegen noch greife ich nicht zu, aber ich sehe starke Unterstützung auf uns zukommen. Hoffe, dass die Ausgabe euch gefallen hat. Däumchen, Träumchen, Abonnement, wirklich Abonnement, Sonnebonbon. Habe die Ehre und empfehle mich. Habe die Ehre und empfehle mich.